Moses, ein typisches Gegenargument, das man hört, ist, Gott ist in der Hölle nicht anwesend, Gott ist nicht in der Hölle. Keine Ahnung, wo das kommt, definitiv nicht aus der Bibel, denn die Bibel sagt das genaue Gegenteil. In Psalm 139, Vers 7-8 steht nämlich, Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Also würde ich mein Bett in der Hölle bereiten, so bist du auch da. Doch, Gott ist auch in der Hölle anwesend. Also dieses Argument ist nicht wahr. Und wir lesen auch in der Offenbarung, dass sie gepeinigt werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also vor dem Lamm, vor Jesus, in Gottes Gegenwart, wir haben sie gepeinigt in der Hölle. Also doch, Gott ist in der Hölle anwesend, du kannst vor Gott nicht fliehen, egal wo du hingehst. Und ja, es bleibt dabei, Jesus war in der Hölle, hat auch für uns in der Hölle gelitten. Und wir sollten dankbar dafür sein. Ich meine, warum versuchen Leute das irgendwie abzustreiten, wenn es genauso dazugehört, wie dass Jesus sein Blut vergossen hat. Dass Jesus Essig mit Galle vermischt zu trinken bekommen hat. Dass Jesus ausgepeitscht wurde. Dass Jesus, ja, was alles mit ihm geschehen ist. All das, was er durchlebt hat, das musste alles geschehen. Es musste alles erfüllt werden, was in den Propheten steht. Und was steht in den Propheten unter anderem? Er schrie aus dem Bauch der Hölle, sagt Jonah. Die Erde war auf ewig hinter ihm verriegelt. Auch das musste erfüllt werden.